Moin Leute, jetzt zurück bei Destiny 2 mit der Albtraumjagd. Diese Woche geht es dann gegen Pogos auf Großmeister zu zweit mit Sven, der hier schon auf mich wartet. Der Tribute hat natürlich, weil er erstmal wieder sagt, Tribute hat er wieder aufladen. Und dann geht es gleich in den Strike. Mal schauen, wie wir abschneiden. Man braucht auch nicht hier zu spielen mit Leere. Man braucht hier nur eigentlich Solar und Akkus. Deswegen haben wir jetzt auch nur Solar und Akkus, was Iriana ist am Stall. Das seht ihr gleich alles. Jetzt gehen wir erstmal kurz gucken, was denn alles aktiv ist. So, erstmal Pogos finden. Wo holten wir das hier? Äh, das ist ja schon. So, Albtraumjagd Furcht auf Großmeister. Und, äh, was wir haben für Thumbnail hier, so ein bisschen was machen hier. So, gut. Dann haben wir einmal Märtyrer hier, einmal Sprengereinheiten haben, mehr Gesundheit. Dann haben wir Champions Unaufhaltsam, Champions Barriere. Dann Reibung aktiv, dann Ausrüstung gesperrt. Hier haben wir passgenau, dann einmal Schämenz Mob und hier einmal Qual von Pogos. Leere Schaden erhöht, Rückstärkschaden und Distanz erhöht. Ja, gibt's ja oben die Möglichkeit auf dem Balkon zu stehen, dort von da aus alles immer zu machen. Hinkommen wird vielleicht ein bisschen schwieriger. Wie gesagt, wir sind nur zu zweit, wegen den Damage wird's ein bisschen übel. Deswegen wird's auch oft, äh, sein, dass man stirbt und so. Aber, hinkommen ist das A und O. Das dauert halt ein bisschen, aber wenn man da ist, dann gibt's eine Damagephase. Und dann mal gucken, wie's läuft. Also, ihr habt genug Zeit, sagen wir es mal so, um hier den Spitzkull abzugreifen. Deswegen dauert's hier wahrscheinlich auch ein bisschen länger mit der Aufnahme. Viel Spaß beim Zugucken. Ich rede jetzt mit Sven, ihr hört ihn nicht, ihr hört nur mich. Dann, äh, ja, bis, ja, bis gleich, ich wollte ich sagen. Ja, egal, geht los. So, ich starte jetzt. Mal gucken. Du hast ja mal Klinge drin, okay. Ach so, das bin ich. Hä? Ich bin so noch zu warm in meinem Zimmer. Ich bin da, ich bin so noch zu warm. Ich hab ein paar Sachen halt noch besser einstellen können, eigentlich, aber... Nun gut. Hab ich auch nicht. Hab ich auch. Aber es ist ja leere, das ist gut. Wenn du leere, dann hast du es ganz gut. Leere Schaden ist ja erhöht. Verladenfähigkeit hast du von der 6, okay. Läuft. Erholung hab ich bei 80. Naja. Los geht's. Ihr hieß geteilteweise aktiv, ja, bist du eigentlich. Ja, ist aktiv. Also, eben kurz raus. Pass auf. Mal gucken, wie geht's denn hier. Joa, das hier geil ist ja schon mal, ne. Mal gucken, wie ist denn jetzt schon wieder. Das hier hat gar nichts. Wunderfalls an sich gerade nicht. Nö, wie? Nö. Das wundere mich ein bisschen. Okay, ist das normal, dass hier keiner? Wahrscheinlich auch nur zu zweit sind. Ah, okay. Okay. Da liegt's also nicht. Okay. Wundere. 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 Oh, ich sehe da hinten Da war ganz schön lange weiter Ja, Anreizung, schön. So, egal. Egal! Durch wenig Muni ist natürlich auch wieder gut. Das ist mit Barriere. Ja, das ist mit der Stelle. Oh, läuft. Was ist los mit dem? Hä? Nehmt er gar nicht. Oh, oh, ey da. Weiß ich nicht. Soll ich meinen Drift hinstellen oder was? Oh, was ist das? 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 Oh, das stimmt. Oh, was ist das? 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 Oh, das ist das? So, durchrennen kommen wir ja nicht, ne. Oh komm ey Das rettet er mich jetzt über Na warte erstmal bis ich wieder da bin oder? Gibt's nicht ey Rettet mich einfach überall So dann hast du vielleicht diese anderen Oben auf dem Balken Also Mal gucken wie oft wir hier noch mit ihm dann Mal schauen mal schauen Ein Salve Mototo hat Tüter gefallen Tüter gefallen Ein Schrober Tüter gefallen Ja 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 Oh Hier ist Hoch A hier, hier springen wir aber immer noch hinterher, die Handys Sagen wir nicht zum Brunnen machen sollen, ne? Erzähl ich das jetzt noch nicht, aber... Oh 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 Hinter uns Achtung Ritter über uns Und die Wahrheit nicht Ritter über uns 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 Das ist ein Aarung. Das sind wir nicht. Da da. 18 Jahre, aber das funktioniert. Ja, wie gesagt, ist ja okay so. Ich bin nur zu zweit auf 4 höheren Powerlevels, ist ja okay. So, das war jetzt die Albtraumjagd. First Try 10.80. Hier gehen Pogos mit Sven. Danke an Sven. Und ja, es gab, also könnten ein paar Sachen überspringen, wie gesehen. 10.54 Helm. Naja gut, besser als nichts. Dann, ja, probiert es aus und bis zum nächsten Mal. Danke für's Zusehen, danke für den Support. Reingehauen, tschüss. Es gab einen Helm, einfach nur.